Musik Heute werde ich euch die FEAR Strategie zeigen. Dabei kämpfe ich mit einem Staradily Level 17 gegen einen Mewtwo Level 100. Oh, eine Mega-Entwicklung. Ich habe überlebt, weil ich das Item-Focus-Gurt habe. Und jetzt setze ich Notsituationen ein, wodurch die KP des Gegners auch auf 1 KP gesenkt werden. Jetzt kommt noch meine letzte Attacke. Ruckzuck-Hieb. So einfach geht das Ganze. Ansonsten. AusND AusND Ansonsten. Untertitelung des ZDF, 2020